Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unseren wundervollen Algorithmen und Datenstrukturen. Heute wollen wir uns kurz mit den Düpfle Schisser Notationen Theta und Omega beschäftigen, die für obere Schranken auch noch angegeben werden. Sie werden in der Praxis manchmal benutzt, aber wenn wir ehrlich sind, benutzt man sie eigentlich nicht. Und das hat seine Gründe, weil sie einfach nicht wirklich einen Nutzen haben. Ich möchte sie euch trotzdem mal zeigen, damit ihr, falls ihr sie mal seht, also in der Informatik, wir besprechen hier nur die Informatik, okay, die gibt es auch in der Mathematik, aber wir besprechen hier den Informatikteil und der sollte natürlich auch für euch interessant sein. Ja, man benutzt sie eigentlich sehr, sehr selten, um nach unten hin abzuschätzen, beziehungsweise nach oben und nach unten abzuschätzen. Und das hat natürlich relativ wenig Sinn. Also wenn ich sage, hey, meine Laufzeit hier, die ist auf jeden Fall langsamer, also ich brauche mehr Zeit als quadratische Laufzeit, dann wird mir mein Chef sagen, yo, das sagt mir nicht viel und es ist schlecht. Und deswegen bringt euch das eigentlich nichts. Also die O-Notation ist das, was ihr wirklich verinnerlichen solltet. Das hier ist, wie gesagt, zur Vollständigkeit gedacht. So, also fangen wir an mit der Omega-Notation. Die Omega-Notation sagt so viel wie, die Funktion wächst schneller als oder so schnell wie das, was da drin steht. Ein paar Beispiele, das heißt, n ist in Omega von n. Das ist dasselbe wie bei O, n ist auch in O von n logischerweise, aber es ist, wie gesagt, dieses Mal nach unten hin abgeschätzt. Das bedeutet so viel wie, die Funktion n wächst mindestens so schnell wie die Funktion n. Die Funktion n² wächst mindestens so schnell wie Logarithmus von n. Und die Funktion n², oh, das habe ich selber aufgeschrieben. Damit meinte ich natürlich, die Funktion n wächst auch mindestens so schnell wie Logarithmus von n. Die Funktion n wächst auch mindestens so schnell wie Logarithmus von Logarithmus von n. Die Funktion n wächst auch mindestens so schnell wie Omega von 1, also n ist auch Element von Omega von 1, ja. Es ist nur einfach nicht wirklich aussagekräftig zu sagen, eine Funktion ist in Omega von 1, weil alles wächst schneller als Omega von 1. Ja, wie gesagt, man benutzt es, um nach unten hin abzuschätzen, das heißt, damit man eben einen probabilistischen Algorithmus zum Beispiel eindämmen kann und sagen kann, okay, wir schaffen es nicht in n, wir schaffen es aber auch in schneller als n², das heißt, wir sind zwischen n und zwischen n² und dafür benötigt man eigentlich diese Omega-Notation. Noch ein bisschen komischer wird die Theta-Notation und da muss ich noch ein kleines bisschen ausholen, denn die Theta-Notation, die besagt, eine Funktion wächst exakt so, wie sie angegeben ist. Das heißt, wir sagen hier, zum Beispiel n ist in Theta von n, das bedeutet, n wächst exakt so schnell wie n, weil die o-Notation, die gibt auch nur eine Obergrenze an. Das heißt, im Zweifelsfall wäre sogar n Element von o von n², wenn man es genau nimmt, das macht nur niemand, das gibt niemand so an. Wenn man es genau nimmt, müsste man immer schreiben, meine Funktion ist in Theta von n und meine Funktion ist in Theta von n², dann hat man die exakte Laufzeit, dann weiß man, das Ding hat wirklich quadratische Laufzeit, das Ding hat wirklich lineare Laufzeit. Das heißt, das, was ich euch bisher über das o-Kalkül beigebracht habe, also über die o-Notation, das ist eigentlich die Theta-Notation gewesen, weil in der o-Notation steckt auch noch zusätzlich eben die Dinger drin, die kleiner sind. Also in n², also o von n² würde auch theoretisch noch n reingepackt werden, das würde da eigentlich auch dazu zählen, aber wie gesagt, das macht niemand so. Deswegen benutzt man die Theta-Notation nur bei Algorithmen, die man sowohl nach oben hin als auch nach unten hin abschätzen muss. Das heißt, auch da, wo man nur o verwendet, da benutzt man eigentlich Theta gar nicht. Wenn man o- und Omega-Notation verwendet, dann kann es passieren, dass man beide Notationen zusammenpackt und dann eben eine Theta-Notation rausbekommt, wenn man sehr, sehr viel Glück hat. Das heißt, diese beiden Notationen hier, die sind wirklich nur für spezielle Anwendungsfälle gedacht. Wenn ich von irgendwas in o von n² rede, dann meine ich normalerweise auch, es ist in quadratischer Laufzeit. Wenn ich Glück habe, ist es vielleicht auch mal schneller. Das möchte mir meine o-Notation angeben. Gut, ja, das war es eigentlich auch schon zu diesen beiden hier. Wie gesagt, die sind nur der Vollständigkeit, die werden wir erstmal noch nicht brauchen, aber trotzdem sollt ihr sie mal kennengelernt haben, falls ihr irgendwann mal über diese Notationen stolpert. Gut, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.